Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Stefano Paterna und heute stelle ich dir das Stativ von Tinkteak Modell Pyramid vor. Die Firma Tinkteak hat mir dieses Stativ zur Verfügung gestellt und ich habe auf deren Webseite gelesen, dass es sich dabei um ein chinesisches Start-up-Unternehmen handelt, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, qualitativ hochwertige Stative für einen annehmbaren Preis zu produzieren. Geliefert wurde das Stativ in dieser schicken Tasche, die man sowohl in der Hand als auch über die Schulter tragen kann und das Schöne daran ist, dass man die Stativtasche hier oben einfach so öffnen kann und dann das Stativ so herausziehen kann. Und geliefert wird es mit etwas Zubehör, auf das ich gleich kommen werde. Fotografieanfänger achten zuallererst auf Größe und Gewicht, wenn sie sich ein Stativ kaufen wollen. Desto fortgeschrittener sie aber in der Fotografie werden, desto häufiger stellen sie aber fest, dass kleine und leichte Stative aber nicht besonders stabil sind. Und das ist eben das Wichtigste. Zum Beispiel Landschaftsfotografie. Es weht ein leichter Wind und schon fängt das Stativ an zu vibrieren. Langzeitbelichtungen. Auch da muss das Stativ unglaublich stabil stehen. Deswegen hier, das merkt man sofort, dieses Stativ soll eher den ambitionierten Fotografen oder auch Profifotografen ansprechen. Es hat ein Gewicht von etwas über 2 Kilo, macht aber einen unglaublich wertigen Eindruck. Alle drei Stativbeine sind Schaumstoff gepolstert, sodass man auch bei kühleren Temperaturen das Stativ immer noch gut festhalten kann. Die Stativbeine sind aus einem 10-lagigen Carbon und wie heute üblich mit Drehverschluss ausgestattet. Die Stativbeine kommen so recht schnell raus, wieder rein, fest. Das heißt, super. Ich persönlich bin da nicht so ein Freund von, aber das funktioniert hier sehr gut. Der Hersteller hat hier auf die Mittelsäule verzichtet. Jeder, der etwas Erfahrungen im Umgang mit Stativen hat, weiß, dass sobald man die Mittelsäule herauszieht, die Verwackelungsgefahr größer ist. Ich persönlich habe bei meinem alten Stativ eine Mittelsäule dran, aber beim Arbeiten noch nie rausgezogen. Genau aus diesem Grund. Hier kann man die Stative, dieses kleine Pinnchen rausziehen und schon kann man die Stativbeine auf unterschiedliche Winkel einstellen. Und wenn man es ganz umklappt, hat es dann eben den Vorteil, ich habe keine Mittelsäule und ich kann dann wirklich vom Boden aus fotografieren. Das ist vielleicht für Makrofotografen interessant oder wenn man mal ganz unterschiedliche Perspektiven ausprobieren möchte. Kommen wir zum Zubehör. Mitgeliefert werden drei Eisenspikes. Ich schraube diesen Gummipfropfen hier einfach raus und setze hier den entsprechenden Spike ein. Ich persönlich habe sowas noch nie benutzt. Dazu kommen drei Karabinerhaken. Ich kann diesen Karabinerhaken zum Beispiel hier unten befestigen oder an einer Öse hier an der Seite, um zum Beispiel zusätzliches Gewicht dran zu hängen, um das Stativ noch stabiler zu machen. Ich kann an dieser Öse aber auch ein Magic Arm befestigen für diejenigen unter euch, die zum Beispiel viel filmen, um da einen zusätzlichen Monitor anzubringen. Dann kommen auch zwei Imbusschlüssel mit dazu, um die Stativbeine bei Regengebrauch kommt es ab und zu vor, dass sie sich etwas lockern, um sie dann einfach wieder festzuziehen. Kommen wir zu dem Stativkopf. Dieser gefällt mir hier bei diesem Tink-Tik-Stativ ganz besonders gut. Mitgeliefert wird er mit einer AK-Swiss-kompatiblen Schnellwechselplatte. Der Stativkopf ist ein Kugelkopf und dieser hat zwei Aussparungen, um die Kamera in die Vertikale zu bringen. Die meisten Kugelköpfe haben ja eine Drehplatte, die sich eben hier unten befindet und mit diesem Knopf eben festgeschraubt wird oder losgelöst wird. Bei diesem Stativkopf befindet sich eine zweite Drehplatte über dem Kugelkopf. Somit kann ich hier unabhängig die Kamera hier oben drehen, ohne den ganzen Kugelklopf, Stativkopf zu drehen. Das hat den Vorteil, wenn ich gerne Panoramen fotografiere, dann muss ich ja die Stativbeine so austarieren, dass sich der Kugelkopf in der Waagerechte befindet, um somit ein gerades Panorama fotografieren zu können. Tue ich das nicht, produziere ich ein schräges Panorama. Hier brauche ich lediglich den Kugelkopf in die Waagerechte zu bringen. Ich habe hier oben eine Libelle sitzen. Ich kann somit hier relativ einfach den Kugelkopf in die passende Position bringen und brauche dann nur hier oben das Panorama zu fotografieren. Ein weiterer Vorteil bei diesem Stativkopf ist, dass ich am Knopf, mit dem ich den Kugelkopf lösen kann, eine Friktionskontrolle befinde. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn ich mit schweren Kameras, großen Objektiven arbeite. Es kommt ab und zu mal vor, dass man da einfach diesen Knopf öffnet und jetzt müsste ja eigentlich die Kamera sofort umfallen, tut sie aber nicht, denn ich habe hier eine Friktionskontrolle eingestellt, dass sich eben die Kamera nicht gleich nach vorne kippt und kann jetzt wieder schließen und es sitzt bombenfest. Ein weiteres Detail entdeckt man, wenn man den Stativkopf abschraubt, denn hier haben sich die Entwickler etwas überlegt. Es gibt hier eine Kombination aus einem 3,8 und einem 1,25 Zoll Gewinde. Das heißt, ich kann hier den Stativkopf natürlich draufschrauben oder theoretisch gleich eine Kamera. Das Stativ von Tink-Tik hat mich absolut überzeugt. Obwohl ich kein Freund von Drehverschlüssen bin, ist das jetzt meine Nummer 1 Wahl, die ich mit rausnehme zum Fotografieren. Das Stativ richtet sich eher an die fortgeschrittenen oder professionellen Fotografen und ist mit einem Preis von 350 Euro aktuell nicht gerade günstig. Für die Qualität aber ist es eigentlich ein Schnäppchen, denn dieser qualitativ wirklich sehr hochwertige Stativkopf wird mitgeliefert. Wenn man sich da in einer ähnlichen Qualitätsklasse bei anderen Anbietern anguckt, dann kosten diese meistens 5, 6, 700 Euro und der Stativkopf muss noch dazugekauft werden. Von mir bekommt dieses Stativ auf jeden Fall 5 Sterne. So, das war es wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wie immer, ich freue mich auf einen Daumen hoch, das Abonnieren nicht vergessen, denn dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tschüss. Fotografieanfänger achten in der Regel darauf, dass das Stativ möglichst klein und leicht ist. Mit steigender Erfahrung stellen Sie aber fest, dass besonders kleine und leichte Fotografen mitgeliefert werden, zum Beispiel drei Eisenspikes. Ich kann hier diesen Gummifropfen ganz leicht raus... K terrifiki eventuell Kacceptable aufigator zu sein, oder? K satell outer KnieB «Gummifropfen, wir bom und 1980 Jahre Hallo » Wir haben topp im Auftrag, KnieB